Ich werde nur ein bisschen schauen. Sie können nicht alle retten, du weißt, egal wie stark sie sind. Ich werde dich retten, Rem. Ich werde dich retten. Für keinen Grund. Makina. Ich werde bald wieder zurück. Wird, wie es ihr geht. Naja. Hoffentlich kommt Makina zur Vernunft. Ich konnte doch nicht ahnen. Du kannst nichts dafür, Ace. Und wir sind jetzt wirklich mit nichts. Haben wir denn eine Weltkarte? Ah ja, tatsächlich. Da sind wir also. Wahrscheinlich an der Grenze zu Melitis, nehme ich mal so an. Na toll, das ist ja richtig gut gelaufen, Leute. Das ist ja richtig gut gelaufen. Warum lag das gerade so bei mir? Ich hab heute übelste lags, das ist Wahnsinn. So, wir haben drei Gespräche nur zu führen, aber acht Stunden Zeit? Das ist seltsam. Was gibt's denn bei dir, Ace? Morgen in aller Früh machen wir uns auf den Weg. Willst du dich vorher noch ein wenig ausruhen? Ach so, bei dir kann ich abbrechen. Nee, 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 lass mal. So, jetzt spielt auch der Computer wieder ein bisschen... Nee, spielt er nicht. Ich weiß nicht, was er hat. Irgendwie lagts gerade bei mir ohne Ende. Sprechen wir doch einfach mal mit den Leuten, die hier da sind. So, Trey. Do you ever feel like you've done something before when you know you haven't? You mean deja vu? Yeah. Kind of. It's been happening to me a lot lately. I can't say I've never experienced it. Yeah, you know what I mean. But I don't think I've felt it as strongly as you. Well, essentially, frequent deja vu can be attributed to problems in the part of your brain that stores memories, or when you're suffering schizophrenic. Oh, never mind. Oh, lass den doch mal ausreden. Der arme Trey darf nie ausreden. Ich mag ihn. Lass ihn doch mal sprechen. Naja, gut. Ah, ich bin aber auch selbst schuld, Trey um Rat zu bitten. Der redet und redet, ohne zum Punkt zu kommen. Ich denke mal, er und Queen dürften sich eigentlich ganz gut verstehen, weil sie beide relativ gebildet sind. Mit Kate, da bist du da, glaube ich, ein bisschen an der falschen Stelle. Naja, gut. Hi. Hörst du zu? Ein deja vu basiert auf Erinnerungen, die im Hirn jedes einzelnen... Hey, verzieh nicht so das Gesicht. Ich hör doch zu. Ich mag dir doch zuhören. Na gut. Vielleicht kann ich mich auch deshalb mit ihm identifizieren, weil ich auch gerne viel rede, wenn ich über irgendwas mal schwattronieren möchte. Naja, gut. Sprechen wir mal mit Deuce. Mal sehen, wie sie das Ganze sieht. Der Kamm erscheint, dass er gut funktioniert. Ramsky scheint, dass er die Magie benutzt wird. Also, unser Krystal muss gut sein. Vielleicht ist es wie ein Jammler. Was bedeutet das? Ich kann es sicher nicht sagen. Aber ich habe das Gefühl, dass etwas mit unseren Kommunikation interferiert. Aber was könnte es sein? Ich weiß nicht. Wir können es machen. Ich hoffe, Makina passiert da draußen nichts. Ach, lass ihn doch verrecken. Ist mir doch egal. Ich brauche den Kerl nicht. Die alte Heulsuse. Ich meine, klar hat sein Bruder verloren und so, aber es ist nun mal Krieg gewesen. Da kannst du nicht denen hier die Schuld zuschieben. Was soll denn der Scheiß? Die haben auch bloß für die Verteidigung des Landes gekämpft. Feeling good? Makina scheint wirklich sauer über den Tod seines Bruders zu sein. Vor allem, er quatscht da von wegen, für mich ist er so viel wert. Er kann sich doch gar nicht mehr erinnern. Niemand kann sich an die Toten erinnern. Heißt es doch. Oder kann er etwa doch. Naja. Oh, du schnuchst oft, Remski. Du bist okay? Was? Oh, ich bin gut. Es ist nur ein kleines Problem von Asthma. Asthma? Kannst du noch auf die Missions gehen? Dr. Eratia hat mir die Möglichkeit gegeben. Oh, wenn du eine Mutter gesehen hast, dann wirst du gut sein. Ja, ich verstehe. Und wie bist du, Sing? Ich bin immer gut. Jetzt fühle ich mich noch besser als normal. Genau? Ja, sicherlich. Wenn der Empyreie aufsteht, dann könnten wir ihn. All of you are so strong, you are. Ich denke, ich sollte ein bisschen stärker arbeiten, wenn ich jetzt weitergehalten werde. Oh, du kannst dich über das, wenn wir zurückkommen. Keine Ahnung. Kann ich dir helfen? Was ist der Fall? Machinas Bruder. Sein Name war also Isana? Ach, sie kann sich auch nicht mehr daran erinnern. Aber sie haben doch auf dem Grab oder auf diesem Gedenkplatz gestanden und auf seinen Grab geschaut, oder? Da müssen sie doch eigentlich wissen, wie er heißt. Ich meine, klar verlieren sie die Erinnerungen an die Leute. Aber zumindest den Namen werden sie sich doch noch behalten können, denke ich mal, oder? Seltsam. Was? Ich halte Wache. Stör mich nicht, du lenkst mich ab. Kupau? Machst du den Mogri, oder was? Du solltest jetzt lieber nicht das Camp verlassen, Kupau. Es ist schon sehr spät, Kupau. Hätte ich bei dir das Camp verlassen können? Kupau? Ich will keep watch. Du kannst jetzt resten. Ja, ich weiß. Ja, ich weiß. Worried über Machina? Was? Das ist schrecklich. Das ist was ich an dieser Stelle? Was hast du recht? Was? Ich weiß. Was ist das nicht so. 0,000? Also das war's. Da hat sie wohl vermisst, dass die Spruch das schrecklich macht. Eine Frage fryingst hab. Oh! Ich würde es haben. Hmph, wirklich. Aber wann er hat er gelernt über seinen Bruder? Es war nicht so, dass er von Anfang an wusste. Es muss wohl sein in Milites. Ich habe ihn gesehen. Er spricht mit dem Kommandant. Was? Das Baldi? Was er will? Machina hat sich einfach so. Es ist mehr als das. Er fühlt sich an. Nichts funktioniert für ihn. Verdammt. Das Idiot ist sicher sehr schwer. Du denkst nicht genug, Nine. Bist du mich? Ich bin ein think-tank, yo. Was bedeutet das überhaupt? Keine Ahnung. King, Saiz, es ist unser Schiff. Du auch ein bisschen Rest. King, Saiz, echt? Röger das. Ich bemerke mich nicht, wenn ich das mache. Danke. Das musstet ihr mal mit einbauen, die King, Saiz, oder? Na gut. Damit wird es Zeit für die Nachtruhe, glaube ich. So, Machina ist noch nicht zurück? Noch nicht? Vielleicht hat er die Imperieral forces getren. Wenn sie ihn gefunden haben, würde sie hierher kommen. Also, wenn er länger dauert, müssen wir ihn hinterlassen. Ich glaube, mit ihm ist was nicht in Ordnung. Oh, gut. Ich war so worried. Bist du verletzt? Nein. Sorry, ich bin nicht mehr zurück. Was ist da? Der... 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 Oh. I have news. The enemy? No. What? Oh, Machina. I'm glad you made it back. Be glad later! Is it the enemy? Splice! No... The comm is responding! I've reached the dominion. Okay, das ist aber eine gute Nachricht. Ich glaube aber, dass irgendwas mit Makina nicht ganz in Ordnung ist. Ich befürchte, dass der noch weiter rumgedreht wurde von irgendjemandem da draußen und gegen uns intrigieren wird. Das scheint mir zumindest irgendwie so. Ein neuer Eintrag wurde freigeschaltet und wir spielen weiter. Mal sehen, ob wir jetzt irgendwas Verwertbares im Gespräch mit Rubrum herausfinden können. Ich könnte mir vorstellen, entweder wir werden ganz offiziell abgesägt als die Mörder der Königin oder uns wird so vorgegaukelt. Ja, wir helfen euch und in Wirklichkeit hintergehen sie uns. Irgendwie sowas kommt bestimmt dabei rum. Oh, wir hören gar nicht, was gesagt wird. Da ist ein Luftschiff im Anflug, Kubo. Näht ihm euch von Osten her und dann ab zurück nach Rubrum, Kubo. Gut, uns wird doch Hilfe zugesagt. Das ist schön. Wenn das doch so einfach ist, dann in Ordnung. Dann kehren wir mal zurück. Vielleicht wird uns hier dann auch irgendwie in Rubrum der Prozess gemacht oder sowas. Wer weiß schon. So, wo muss ich denn jetzt eigentlich hin hier? Hier vorne lang? Ah ja, sieht gut aus. Eigentlich würde ich ganz gerne in Lorica bleiben. Hier fühle ich mich zumindest sicher. Ehemaliges Lorica jetzt ja leider nicht mehr. Gut, wir können keine Chocobos reiten. Entschuldigung. Der Lorica-Graben im Norden ist ein reines Monsternest, Kubo. Halte dich bloß fern, Kubo. Gut, machen wir. Wir gehen einfach mal direkt dahin, wo wir hin sollen. Allzu viel scheint es hier ja nicht mehr zu geben. Oh. 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 Shit. Dieser Krater. Das war, glaube ich, die Ultima-Bombe. Oh. Shit. Was haben wir denn für ein komisches Team hier? Warte mal. Lass mal kurz auf Seven wechseln. So. Schon besser. Und dann ziehen wir doch jetzt auch mit Seven weiter, oder? Wie sieht das aus? Ja. Sehr gut. Ace will ich eigentlich nicht unbedingt im Team haben. Die Sache ist, dadurch, dass Ace so was wie der Hauptcharakter ist, wäre es wahrscheinlich nicht schlecht, ihn zu leveln. Aber ich mag seine Spielkarten nicht besonders als Waffe, muss ich zugeben. Seven habe ich doch weitaus lieber. Nicht wahr. Und Colossi, natürlich. Warum auch mit kleinen Gegnern ankommen. Wir bringen gleich den großen Kolossus. So. Anima her. Und dann fort von hier. Sieht steinig aus hier. Oh. Weitere Gegner. Nein, danke. Aber gut zu wissen, dass es das hier gibt. Ich schaue mal kurz auf die Karte. Es ist ja schon ein Meter, den wir noch laufen müssen, ne? Die Iuhanra-Region. Ist das etwa das, wo wir schon hätten hinmachen können? Dieses Ziel? Scheint mir irgendwie so, oder? Das war doch in dieser Ecke gewesen. Na gut. Wir kämpfen uns aber mal durch. Das werden wir wohl hinkriegen, denke ich mal. Auch wenn die uns hier immer mal ein paar Colossi auf den Hals jagen. So, schade ist, dass es nicht mehr gereicht hat. Tuch. Auszusehen an den Controller, äh, an den Stick hier mitgekommen. Aber egal. Wollte ich eigentlich gerade schon von den Kleinen was aufsammeln. Und dann kommst du auszusehen an den rechten Stick. Und vorbei ist es. Na gut. Weiter geht's. Ich will mich gar nicht lange aufhalten. Das Trainieren kann ich ein andermal übernehmen. Meine Güte. Ist das ein Krater? Und alle Städte, Lorikas, waren dort innerhalb dieses Kraters? Krass. Hinterhalt. Hinterhalt. Aha. Ihr wollt mich wohl verarschen. Habt ihr das gerade gemacht? Habt ihr den Officer verprügelt? Das ging schnell. Lass mal hier drüben noch einsammeln. Ein Traumakit. Wunderschön. Verzieh dich. Gut. So, wo haben wir denn jetzt diesen Luftschiffstützpunkt? Mitten im Feld also. Ein Luftschiff ist auf dem Weg hierher, uns abzuholen, Kubo. Wunderbar. Jetzt sind wir auch in der Yuhanra-Region. Okay, das wird auch nicht genauer angezeigt. Schön, dass sie hier direkt auf uns warten. Aber wieso ist denn da so ein roter Punkt oder so ein oranger Punkt mit bei unserem Luftschiff? Das sieht irgendwie nicht gut aus. Nicht nach einem guten Zeichen. So, fort mit euch. Ein Stück Hartleder erhalten. Rrrr. Okay, auf, auf. Wir wollen so schnell wie möglich zum Luftschiff. Ich will weg von hier. Kupo? Zurück nach oben rum, Kupo. Ja, bitte. Ich wünsche das. Glaciermanns 842RG. Undorra, Queen of Concordia, was assassinated in the Militesi capital city amidst peace talks. In regards to this tragic event, the kingdom prepared a statement for all of Orients to hear, which claimed that Rubrum's Agitalka debts were involved and publicly condemned them. In the same month, Concordia's provisional government formed an alliance with Militesi. Behind a pretext of protection, the Azure Dragon Crystal was placed under the Empire's supervision. The Empire was now in possession of the crystals from three of the four crystal states. Now Militesi and Concordia made preparations to simultaneously invade Rubrum as allies. Oh fuck, was ist denn hier los? Okay, ich könnte mir vorstellen, dass entweder... Ne, ich kann mir eigentlich nicht vorstellen, dass die so opportunistisch sind, da die Kräfte in Concordia. Oder? Wer weiß. Hättet ihr, ähm, nicht Trey, doch Trey, vorhin mal aussprechen lassen, als er was über die Könige von Concordia sagen wollte, die im Unterschied, äh, oder im Gegensatz zu den Königinnen irgendwie anders sind, hätte mich mal interessiert. Entweder sie sind sehr opportunistisch und haben jetzt gesagt, gut, dann tun wir uns lieber mit denen zusammen, als von denen klein gemacht zu werden, was totaler Schwachsinn wäre, wenn Militesi gegen Rubrum und Concordia zusammen keine Chance gehabt hätte. Oder? Die sind irgendwie, äh, erpresst worden. Das kann ja auch sein, dass die vielleicht noch eine Ultima-Bombe in petto hatten, wer weiß. Ich hab übrigens auch gelesen, der Brionag, den wir klein gehauen haben, äh, der ist wohl eine mobile Abschusseinheit für Ultima-Bomben. Vielleicht ist so einer ja nochmal gebaut worden und in der Nähe von Concordia stationiert worden. Wer weiß, wer weiß. Äh, und, äh, dass sie dadurch dann vielleicht gezwungen wurden, diese Intrige durchzuziehen. Auf jeden Fall wird's jetzt ganz, ganz eklig für Rubrum, könnte ich mir vorstellen. Äh. Und es wird ein heftiger Kampf, unseren Kristall zu verteidigen. Kapitel 5. Die Schlacht von Judeka. Die Schlacht von Judeka. Die Schlacht von Judeka. Ja, sie sind zurück. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Time really flies. It's... Hm? Mother? Checkup time. We can start with you. So come to Sorcery right now. Nice to see you made it back from Milites. Were you worried? No, I wasn't worried. I had faith that you kids would be alright. Mother... um... am I... okay? Something wrong? It's just... I've been having a lot of deja vu lately. And then Trey... sorta scared me. Really? Oh, I have to go. Mother, could we talk later about my deja vu? You're in perfect health. Both body and mind. I wouldn't worry about it. Okay, thanks. Und die uns auf keinen Fall fallen lässt, ne? Also, sie ist ja unsere Mutter, sozusagen. Nennt sich ja auch so. Äh, wenn jemand zu uns hält, dann sie. Kupau? Ihr betrefft alle unsere Erwartungen, Kupau. Noch vier Tage und zwölf Stunden bis zur nächsten Mission. Oh, wir haben viel Zeit. Okay, da kommt einiges auf Rubrum zu, glaube ich. Die nächste Mission bewältigt ihr bestimmt in vollen Stufe 23. Ja, das sollte reichen. Da kommt wirklich einiges auf uns zu. Und, äh, ich würde sagen, wir schauen uns in der nächsten Aufnahme dann mal an, was da genau auf uns zukommt. Also, was für ein Krieg uns da erwartet. Was diese Arkanen Esper sind, da bin ich mal sehr gespannt. Das werden wahrscheinlich richtig mächtige Viecher sein. Und Lady Setsuna, die Lucie des zweiten Zirkels, äh, scheint sie selbst kontrollieren zu wollen. Und ich finde es auch immer interessant, wenn die Lucie was sagen, dann wird das vollkommen unreflektiert, äh, akzeptiert. Weil sie natürlich einen Teufel tun werden, sich gegen den Willen ihres Kristalls zu wenden, ne? Finde ich ziemlich interessant eigentlich. Na gut, aber, äh, wie diese ganze Invasion dann aussehen soll und was wir dagegen tun können und, äh, ob da eine Untersuchung auf uns zukommt. Schauen wir einfach mal beim nächsten Mal. Es bleibt auf jeden Fall spannend. Die Verwicklungen hier und, äh, die ganzen Intrigen nehmen zu. Und das finde ich eigentlich ziemlich interessant und ziemlich spannend. Mal sehen, wie es weitergeht. Bis zum nächsten Mal, bleibt gespannt, macht's gut und haut rein!